Und da sind wir nun zur nächsten, zum nächsten Part. Let's adventure. Hier bei Menschen. Hier seht ihr nochmal auf meinem Bildschirm Quest 2. Und genau diese Zeile arbeiten wir jetzt. Kill him and use the Magic Disk. Minions! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nicht schon wieder. So, wir müssen Skeleton Kings töten und die Musik des Wegwerfen. Wegwerfen. Nicht Wegwerfen, benutzen. Ich bin hier, keiner wird zu... Oh Gott. Minions, help him. Wie stark ist das Ding? Oh, vor allem... Es kommen noch mehr Minions. Kann sein, dass es der König war. Ja, das glaube ich, der König. Oh nein, auf den König müssen wir uns hier eigentlich spezialisieren. Knochenpräck, ich kann nichts dagegen machen. Wow. Seine Minions sind unser Schutz, das weißt du. Bei Skeletten und so. Hm? Bei Skeletten und so sind die Minions unser Schutz. Genau wie die Dunkelheit. Alter, dass er mich hier immer trifft. Oh, wie weit bist du geflogen? Äh, weit. Potion of Instant Health. Oh, gut. Ich esse erstmal mein... Mein C ist Fleisch. Ja, bis der König wiederkommt oder was. Kommt er überhaupt wieder? Hier, Leute, hier um. Leg die CD rein. Er hat gesagt, dass ich die getwittert habe. Oh. Hm? Wo ist deine CD? Welche CD? Du musst die eigentlich gedroppt haben. Ah, da. Ah, hier. Haha. Ein Bogen. Engelick. Zack. Hier. Da ist ein Bogen. Einen guten Bogen. Ja. Also, oh. Und hier ein Trank Regeneration. Und hier ein Heiltrank. Let's get inside that mansion now. Es geht gleich los und ich lese es mal vor, was hier passiert. Quest 3. Get in the Mansion. Äh, er ist dann natürlich. Quest 2, wie er vorliegt. Make sure you loot the gold nuggets. Victor will be able to exchange. Ja, ja, ja. Get in the Mansion. Find all Aco-Libs. Aco-Libs. A Raider, the Spider, Sato, the Mage, Beneva, the Witch. Kill them to access. Yes, hear Brian and stop him from summoning the river in our world. Ab zu Victor. Äh, 2. Mit 2 kann man nichts einlösen. Wir können und wir können nichts einlösen. Ah, dafür... Ich, ich hole was. Ich hole was zu essen. Ach, was. Äh, so gut. Okay, doch. Zombie-Fleisch kann ich einzauschen. Du hältst das Schwert gegen ihn. Ich weiß. Gib mir dein Essen. Und ich lege mich hier vorne mal wieder hin. Da habe ich hier einen Spawnpunkt. Bei Victor. Solltest du vielleicht auch machen, oder? Boah, frier. Okay, zu dieser Zeit sollte man, glaube ich, nicht mit dem offenen Fenster hier irgendwie spielen. Das ist, äh, frier. Hi. Hi. Wie muss das sein? Ich muss halt langweilen, Bett. Seine Villa ist woanders. Ja, da vorne. Oh, die Tür ist jetzt offen. Äh, lass uns nicht stürmen. Hier rechts ist ein Skelett. Um das kümmere ich mich. Warum sind die Minions vom Skeleton King eigentlich, ähm, Zombies? Oh, nee. Achtung, die Schwarzen sind ultra schnell. Ja, Assassine. Das war ein Assassine. Nüster Beauty. Oh, du... Ja, das ist ich hab. Okay. Versuch doch mal zu snipen. Sie kommen, sie kommen, sie kommen. Hm, das geht ja schnell. Soll ich Platz machen? Achso, du hast deine Brusthahn schon verloren, nur so. Ja, ohne Diahose bekommen. Ich bin jetzt ein Skelett. Siehst du es nicht? Ich bin ein Skelett. Ja, du hast dann Diamantschuhe aufgesammelt. Oh, ich bin obenrum nackt. Ich bin ein Skelett. Ich bin obenrum nackt. Ich bin ein Skelett. Ich bin obenrum nackt. Und ich bin ein Skelett. Und jetzt schützt es bei mir. Ja, toll. Schon wieder. Weihnachten-Motto. Oh, warum denn? Oh, warum denn? Oh, das... Ich weiß, vom Gesunden her hört es sich eigentlich an wie so ein Weihnachtslied. Du bist kein guter Chorsinger. Äh, nein, nein, nicht, Rutter. Nicht, Rutter. Ähm, du weißt, dass wir drei Sachen, dass wir drei Leute besiegen müssen? Ich weiß noch zuerst nicht. Guck, was die noch gibt. Ah, nee, nicht schon wieder so ein Bogen. Und ein Mini-Skelett. Achtung. Wow. Nein, Mini-Zombie ist das. Wirklich. Oh, Gott. Was ist das? Ein Mobbing-Seminar? Anti-Mobbing-Seminar. Ohne Anti. Mit Anti. Ohne. Der eine Zombie hat ein Stück Fleisch in der Hand. Oh, Gott. Nüster Beauty. Und dann bin ich hier schon wieder bei Victor gespawnt. Vielen Dank, dass Sie mir eine Unterkunft bieten. Ich bezahle Ihnen aber nichts. Weil es ganz eh nicht, wenn ich kostenlos ist. Woohoo, Party. Kostenlos. Nein. Wort des Tages. Und oben am Balkon ist ein Enderman. Oh, Zombie mit Fleisch. Hab ich doch gesagt. Hütchen! Hütchen! Hat er irgendwas gedroppt? Ah, ne. Nein. Mini! Skeleti! Hab grad zu tun. Auf Sachen auszukommen. Haha. Bist du da zu uns ins Treffeln? Hahaha. Und gesteilt. Hey, ein Zombie. Jetzt haben wir das Hühnchen schon wieder. Achtung, Mini. Wegen Hühnchen werden wir noch alle drauf gehen. Achtung. Wow, noch einen. Koch. Ist das Köche? Ja, ist ein Köche. Ja, geil. Achtung, Mini. Was haben die eigentlich hier? Hier eine Küche zu suchen. Ich habe Hunger. Hunger. Zuerst habe ich jetzt auch nicht mehr. Okay, doch. Habt noch Steak. Von dem lieben Victor. Der nicht Victor ist. Hast du ja gesagt. Ja, von dem anderen. Victor. Es gibt Victor, Victor und Victor. Und ein Dierschwert. Zombie mit Skelettkopf. Eiskelten Schlag von dem Zombie ausgewichen. Oh mein Gott, Blitze! Hast du ihn auch gehört? Nein. Nein, ich bin taub. Oh mein Gott, was soll das denn für ein Essensdisch sein? Einen Grill oder was? Wir grillen beim Essen. Ja. Oh nein. Nicht schon wieder diese Bogen. Bleib einfach an der Wand. Da macht das hier. Da macht das hier. Sowieso kann auch zu schießen. Oh, da ist eine Elite. Also Elite habe ich eine bessere Idee. Kannst du das machen? Kannst du das machen? Ja. 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 Bloß nicht Elite schlagen. Ja. Geh mal. Ja. Ähm. Komm mal mit. Ernsthaftig? Alter, ernsthaftig? Ja. Ja. Die hätten gar Zeit da rausgehen können. Ich guck dir das mal an, was ist jetzt noch her. Ich hab auch einen Bogen. Erschlag ihn doch einfach. Erschlag ihn doch einfach. Erschlag ihn doch einfach. Du hast ein Dierschwert. Junge. Boah. Weil diese Geräusche sind irgendwie auch ein bisschen komisch. Ähü. Helfe, du wusstest schon, dass ähü. Hörst du es auch? Ruhe. Doch, natürlich. Ja, natürlich kriegt er mich, ne? Ich will leben. Hat das Ding? Also. Und rein. Oha. Meins. Engelik. Engelik Set. Ähm, Set. Gib dir nur ab. Was? Gib nur Engelik Set ab. Und kein Hanisch. Aber dafür ein Schwert für mich. Ich hab ein Hanisch. Demonic Schwert hat er. Ey. Ich hab ein Engelik. Ja, da für dich. Ja, da. Ey, ey. Okay. Hab ich jetzt ein Dämon-Schwert und ähm, Engelik-Schwert. Okay, gib mir ein Engelik-Schwert wieder, weil du mit Demo, ähm, Demonic behältst. Okay, können wir schon weitergehen. Wir hätten ganz einfach hinten reinkommen können und so. Ja. Ja. Du trifft mich im Keller. Was hast du grad gemacht? Nichts. Warum liegen da so viele Sachen auf dem Boden? Man schmeißt doch nix weg. Darum. Und da heißt es. Außer man heißt Trille. Und oben auf dem Balkon war ein Enderman. Ja. Den ich grad geschlagen hab. Oh, jetzt furzt es schon wieder. Was mein, der furzt es gerade. Ich meine, da hier ist es. Ich meine, da hier ist es. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, nicht schon wieder. Elite. Ich meine, da ist es. Los, kick ihn, laver rein. Kick ihn, kick ihn, kick ihn. Oh scheiße. Oh shit, oh shit, oh shit. Ich komme. Ja, was? Ach so. Let's adventure. Let's fail in adventure. Ja, wollen wir nicht gleich so einen Cut machen? Ja, bevor wir hier jetzt wieder in die Villa rein stürmen, machen wir hier mal einen kleinen Cut und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten und bis zur nächsten Part von Let's Adventure. Hier rein. Menschen. Es ist leider geworden. Bis dahin. Und ciao.